Wer gehört zum Chaos-Club? Da der Esel sich immer zuerst nennt, beginne ich mal mit mir... Der ehrliche Hubertus! Das könnte ich auch zum Traitor machen. Ähm, ich bin es nicht. Dazu kommt der flamende Hannes. Warum soll ich Loki im Jungle spielen? Ich könnte auch Terpentin trinken, ist ja auch flüssig! Unser Sprüche-Klopfer Sabusa... ...ist alle... ...dead-aim, Bitches! Der hammergeile King-Log! Der hammergeil, hier würde ich wohnen. Ah ja, hammergeil. Der unaussprechliche... Klaus Acker, ich kann deinen scheiß Namen nicht aussprechen. ...und Captain Obvious Light. Boom! Headshot! Du bist tot. Alleine ist jeder für sich genommen schlecht. Doch zusammen... ...sind sie... ...naja... ...immer noch nicht gut. Ist ja auch egal. Das ist der Chaos-Club!